Wir üben immer noch für die Live-Sendung. Ach du krasser Scheiße. Die Twilight-Potos melden sich. Sascha Dallux. Warum ist das Sorge Bull mit den Karten? Ich will knallen. Was wollt ihr? Nach Nord geht es hin. Wir warten auf den Start. Ex oder Jude? Ja. Ja. Jawoll. Benni ist vertieft. Gucci ist der Beste. Auf jeden, der auf jeden Mucke läuft. 6% sind erst gelaufen. 94% wollen wir noch erleben. Hahaha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Pota Erik. Kommt. Angeralt. Zunais, Diko. Zunais. 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 Zunais.